Grüß euch Leute, herzlich willkommen. Was wird das Nachfolgeprojekt von Risen? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Und zwar habe ich für euch drei Spiele zur Auswahl gestellt und von denen könnt ihr mir sagen, was ihr bald auf meinem Kanal von mir, Let's Play 10, haben wollt. Oder so. Und zwar, diese Spiele werde ich euch jetzt gleich einen Trailer von dem jeweiligen einblenden und ihr schreibt dann einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Ja, ich würde sagen, das passt. Und wir starten auch direkt mal mit dem ersten Projekt. Und zwar ein Skyrim Re-LP. Ich habe es ja schon einmal gespielt. Wir würden alles machen, was ich nicht gemacht habe und die zwei DLCs Daungard, Dragonborn und das Nicht-Story-DLC Heartfire spielen. Ja, das wäre die erste Option. Dann, die zweite Option eines meiner liebsten Spiele, Haze. Ein First-Person-Shooter, der schon sechs, sieben Jahre auf dem Buckel hat und auch in sehr verwaschenen 720p kommt. Allerdings eine echt, echt geile Story bietet. Also entweder das oder das oder die dritte Möglichkeit, das Rollenspiel, das sehr emotionale, japanische Rollenspiel Ni No Kuni. Es ist sehr Story-lastig und ziemlich auf Emotionen aufgebaut. Soweit ich mich erkundigt habe von diesen drei Spielen, kenne ich eigentlich Skyrim und Haze. Ni No Kuni wäre für mich blind, außer der ersten Stunde. Aber die anderen beiden habe ich schon einmal gespielt, wobei in Skyrim ich die beiden DLCs noch nicht angefasst habe. Haze kenne ich fast auswendig, also zumindest vom Groben her. Und jetzt, wie könnt ihr voten? Ganz einfach, also voten, ich sage immer voten. Wie könnt ihr voten? Und zwar ganz einfach, ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, welches Spiel ihr sehen wollt. Also entweder Skyrim, Haze oder Ni No Kuni. Ja, das ist was eigentlich. So einfach kann es gehen und welche Spiel die meisten Stimmen bekommt, das wird demnächst, wenn Risen vorbei ist, auf meinem Kanal gezeigt. Und damit verabschiede ich mich und ich sage, ich hoffe, ihr werdet mit einem dieser zufrieden sein. Und bis zum nächsten Mal mit Risen und bald mit einem der drei Projekte. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.